Bei einem Schuss wirkt eine unglaublich hohe Kraft von bis zu 2000 Joule ruckartig und punktuell auf die Schutzkleidung von Einsatzkräften. Um das Leben des Trägers zu retten, muss das Material dieser Belastung unbedingt standhalten. Es darf nicht reißen, brechen oder zerbersten. Bohrköpfe und Schleifgeräte in der Schwerindustrie müssen besonders reibungsresistent sein. Nur so ist es möglich, den Stahl und andere robuste Materialien zu verarbeiten, ohne das Einsatzgerät selbst zu sehr abzunutzen. Und in der Raumfahrt benötigen wir Materialien, die sich nicht so leicht verformen, beispielsweise um den Unterdruck des Altstands zu halten oder beim Start der Rakete das Biegen zu verhindern. Kurz gesagt, wir benötigen in unglaublich vielen Einsatzbereichen unfassbar widerstandsfähige Verbindungen und Beschichtungen. Allgemein wird diese Widerstandsfähigkeit häufig als Härte bezeichnet. Das ist aber komplett falsch. Tatsächlich ist die Härte nur eine von vielen Werkstoffeigenschaften, welche zur Robustheit eines Materials beitragen. Was sie genau aussagt, ist je nach Definition und Messverfahren unterschiedlich. Unter Härte kann man sich allgemein den Faktor vorstellen, der beschreibt, wie schwer es ist, in das Material einzudringen, beziehungsweise wie leicht es sich zerkratzen lässt. Doch das sagt nichts über die Stabilität oder Festigkeit an sich aus. Ein Teller zum Beispiel ist aufgrund der Keramikverbindung deutlich härter als Metallbesteck. Das ist auch der Grund, warum er nicht zerkratzt, wenn wir darauf essen. Doch schlage ich mit dem Besteck auf den Teller ein oder lasse ihn fallen, zerspringt er sofort. Er ist nun mal einfach spröde. Okay, doch was ist nun das härteste Material der Welt? Häufig werden Wundermaterialien wie Graphen oder Kabinen. Das sind sehr spezielle Kohlenstoffverbindungen mit unglaublich starken Bindungen, als hart bezeichnet oder mit Diamant verglichen. Das ist aber absolut sinnfrei. Wir vergleichen hier verschiedene Eigenschaften. Die wahren Weltrekordhalter unter den härtesten Materialien sind überraschend anders, als man annehmen würde. Ich bin auf eine sehr interessante wissenschaftliche Arbeit gestoßen. Entwickelt wurde ein neues Material mit unglaublich seltsamen Eigenschaften, die unser Verständnis über Materialien grundlegend ändern könnten. Härte ist ein abstrakter Begriff. Um diesen irgendwie messbar zu machen, gibt es verschiedene Verfahren. Jedoch können Nebenfaktoren wie die Biegsamkeit leider nicht immer komplett ausgeblendet werden. Härte können wir messen, indem wir versuchen, mit einem Diamantstempel bzw. einer Diamantpyramide in ein Material einzudringen. Gelingt das, ist dieses logischerweise weicher als Diamant. Gelingt es nicht, härter. Verlassen wird sich dabei auf die Erkenntnis von Friedrich Moos vor mehr als 200 Jahren. Harte Materialien können weicher einritzen. Umgekehrt ist das allerdings nicht so leicht. Er testete verschiedene Materialien, Gesteine und Co., indem er seinen Fingernagel, Kupfermünzen oder Kristalle in diese drückte und vergab nach Gefühl Härtewerte zwischen 1 und 10. Immer wenn wir von der Härte 10 eines Diamanten sprechen, verweisen wir auf eben diese Skala von Moos. Der Diamant war damals ungeschlagen das härteste Material. Auch wenn die Moosche Härte-Skala an sich unwissenschaftlich ist und schon längst durch genauere Messverfahren ersetzt wurde, findet sie häufig heute, besonders in der Keramikindustrie oder Geologie, noch Anwendung. Heutzutage macht man allerdings hydraulische Eindringungstests oder Bohrtests. Doch diese sind nicht selten äußerst kostspielig. Eine simplere Variante ist die Zugprobe. Hier zieht man das Material auseinander und prüft, wann dieses nachgibt, zerbricht oder reißt. An sich sagt das über die eigentliche Härte aber überhaupt nichts aus. Tatsächlich hat hier Diamant sogar eine deutlich geringere Festigkeit als Stahl oder Eisen. Graphen und Kabin, beides geniale Kohlenstoffverbindungen mit unfassbar hoher Stärke, sind hier die Rekordhalter. Bei Graphen handelt es sich um eine einatomdünne Schicht, bei Kabin sogar nur um eine Kette von Kohlenstoff. Zerreißen lassen sich beide Materialien weniger als alle anderen bekannten Materialien unseres Universums. Doch diese Zugfestigkeit nur mit der Zugfestigkeit von Diamant zu vergleichen und dann Graphen und Kabin als mehrfach härter zu bezeichnen, ist verfehlt. Diamant hat hier ja überhaupt keine Rekordposition. Die Härte von Graphen sowie die Steifigkeit an sich sind Diamant unterlegen. Umgehen lässt sich dieses Problem nur mit Tricks, wie in der wissenschaftlichen Arbeit von Elisa Rido gezeigt wurde. Hier gelang es erstmals mit Graphen durch eine geschickte Verknüpfung zweier Graphenschichten, wirklich die Härte von Diamant zu übertreffen. Dies konnte auch ein entsprechender Test bestätigen. Doch am verblüffendsten finde ich die wissenschaftliche Arbeit von Lin-One. Normalerweise würde man sagen, dass gerade die perfekten Kristalle, also die Materialien, die besonders geordnet aufgebaut sind, am härtesten sind. Doch diese Arbeit zeigt uns genau das Gegenteil. Strukturen können normalerweise Kristallin, also im Gitter angeordnet, oder Amorph, also ungeordnet sein. Doch der Kristall von Lin-One ist beides. An sich sind die Teilchen Amorph angeordnet. Doch diese Amorphenbereiche wiederum bilden ein Kristallgitter. Hergestellt wird er aus Fulerenen, Kugeln aus Kohlenstoffverbindungen, ähnlich wie ein Fußball. Mit einem Lösungsmittel, in diesem Fall Xylol, sowie enormen Druckeinflüssen, wird daraus ein Kristall gewonnen. Das Ergebnis war absolut verblüffend. Beim Härtetest beschädigte das neue Material den Diamantstempel, mit dem sie eigentlich das Material testen wollten. Es war also tatsächlich eindeutig härter als Diamant. Einsatz finden könnte das Material beispielsweise besonders bei Bohrköpfen und Schleifgeräten. Je höher der Härtegrad, desto besser lassen sich Materialien wie Stahl und Co. verarbeiten. Klar ist, wir werden nach und nach klassische Materialien, die wir noch vor kurzer Zeit als ewige Rekordhalter betrachteten, nach und nach durch neuartige Supersubstanzen ersetzen, die um ein Vielfaches leistungsfähiger sind. Bei der Entwicklung von Computerchips wird vollkommen auf Silizium vertraut. Doch durch eine Schwefelverbindung könnten wir die Leistungsfähigkeit verhundertfachen. Möglich werden Computerchips mit einer noch nie dagewesenen Leistung. Möglicherweise bis zu 800 Mal schneller. Wie das möglich ist, erkläre ich im angezeigten Video. Klicke gerne darauf, um mehr zu erfahren. Außerdem abonniere gerne diesen Kanal, wenn du mehr Videos möchtest.